ja hi und willkommen mein name ist dann hier und ich begrüße euch zurück zu let's play fans sie sieben rieber ich muss schon wieder aufstoßen am anfang des spiels entschuldigung ich nehme mir schon ein paar parts auf ne und jedes mal nachdem ich ein paar aufgenommen habe trinke ich erst mal so ein schluck dann mache ich direkt so ok weiter geht's schon direkt den nächsten part aufnehmen der war ich habe jetzt mittlerweile keine parts mehr gehabt deswegen habe ich jetzt hier gedacht soll ich dir wieder ein paar auf ne und ja ich sollte vielleicht irgendwie vorher erstmal aufstoßen bevor ich wieder aufnehmen button drücken aber das muss immer mit in die auf sobald ich anfangen zu reden fängt dann auch wieder an hier mit dem aufstoßen weil ich schon irgendwie einen herzlichen rülpster irgendwie vor der aufnahme gemacht mich hat schon draußen ab naja wie gesagt ich mache irgendwie ich trinke irgendwie nur so ein schluck und dann weil ich dann geht es weiter ja sollte ich vielleicht irgendwie weil ich ein bisschen mehr pause machen dazwischen wenn ich werde ich meine meine kehle kaputt geht ich meine die ist immer kaputt sieht irgendwie weil ich weiß nicht ob irgendwie ich bin schon auf der suche nach so eine luft bevor ich da irgendwie damit irgendwie ich glaube die luft in meinen raum ist irgendwie in raum ist ein bisschen zu trocken da ich irgendwie fast jeden tag irgendwie am reden bin irgendwie durch aufnehmen oder irgendwie sowas habe ich irgendwie nie so eine möglichkeit um die meine stimme zu erholen da ist dies ich glaube die schon dauerhaft irgendwie jetzt kaputt und ich muss irgendwann mal pause machen oder so ne welcher glaube ich machen wenn ich hier mit 27 fertig bin dann ich dann nehme ich jetzt noch die sachen hier mit dem weg ist auf ne vielleicht mal so mit denschen streaming und wieder mal reinpacken und dann weil ich muss mal meine stimme irgendwie auch holen ich bin auch so nach so eine luft bevor ich da ich glaube das hilft so ein bisschen weil genug trinken tue ich eigentlich schon ich tue schon genug wasser trinken da jetzt mal kurz ein schluck wasser trinken mehr so als beweis hört euch halt an wie ich das mache ja live ja gut hat jetzt nur so wenig danach rede ich wieder ein paar minuten und dann sind wieder kaputt sind eigentlich die gleichen an die sie haben die als sie hatte ich weiß sie hatte so ein wehrbewind angriff der war immer gut für die kisten dieses kisten mini spiel kann ich aber aktivieren noch sein für ein aufzug einfach so eine stange irgendwie so hoch gehen kannst ja sehen wir gleich wie die rege sitz animationen wie sie auf die bank springt wenn ich mal voll putzig im besitz drei sehr gut so meine ja ich habe ich glaube hat fast jeder ja auch so ich habe sogar nur ein bräuchte ja nicht 15 32 32 15 also in sachen ausrüstung tue ich irgendwie nicht hier nicht so oder nicht so austoben habe ich so gefühl weil ich finde ja auch gar nicht so gut sie haben alle irgendwie so ob dann kann ich erstellen weil ich die funktionieren irgendwie so komisch hier jetzt immer die gleichen hier sachen etwas immer irgendwie so auf dieser reich gibt der mehr abwehr tut aber deine server abwehr reduzieren dieser gibt mehr zauber abwehr tut ein bisschen deine magie abwehr reduzieren umgekehrt naja also 1 wird erhöht aber eins wird irgendwie reduziert ich weiß nicht ob er zu gefällt natürlich nicht ich glaube dass ihr euch nährt den enthalten vor der schaden von feuer eis und blitzwild elementar angriffen drei prozent auf einzelne körperteile ich glaube da wollte ich aber auch gerne oder wollte ich das hier schauen durch sinken aktionen sinko fertigkeiten für die atp leistung erfolge präzisiver mp maximum eigentlich alles nicht so gute sachen die sinko aktion sinko fertigkeiten ja er sollte vielleicht mal checken hier wird sie ja so zur auswahl hat und sachen ich bin die manche stadt hier glaube ich ne ich meine der wird den schaden von allen sachen um nur drei prozent aber warum nicht ne wer ist da tier bei der gegner in den schockzustand haben das eigentlich auch nicht schlechte waffen fährlich keinen schaden ich glaube das aber besser aber dann ist eigentlich auch nicht schlechte limit leistung fünf prozent oder einmal wo kampf wird auf jeden fall jeder post irgendwie geschockt von daher wird die energie menge beim nachladen da ist eigentlich auch nicht schlecht schaden von waffen fertigkeiten weil sowas nehmen wir das erst mal ich glaube es auch dauer wichtiger sagt tv tv tiefer wenn er hat die wirkung ist auch von entfesselungen irgendwie habe ich nicht geführt hat nicht lang genug hält also also ich habe nicht das gefühl dass es zu kurz an der jetzt sagen wir so dass man dafür komme ich hier in da muss ich an den ganzen weg hier rumlaufen oder ja gar nicht wahr ich muss das ja aktiviert werden da muss ich hier hin wenn wir hier und hier kritische treffer chance so kann ich nicht hier einfach doch kann ich wohl und sie weiß bei den aktiven ich ja nichts mehr auf der seite mp ich weiß gar nicht wie die sich überhaupt regenerieren ich bekomme ich davon mit die tun sich doch gar nicht im kampf hier wir generieren also auch vision synthese ich meine ich könnte eigentlich auch viel von diesen dingern ja lernen damit hier die freundschaft meiner charaktere erfüllen kann ja hier müssen wir hin mp kürze treffer chance fünf prozent limit leiste ja sonst schlecht dann müssen wir hier lange vision synthese und man hat hier lernen kannst du das jetzt lernen irgendwie nicht warum nicht noch keine wp ja okay das war nicht am aufleuchten aber ja dann auch direkt weil hier sieht voll schön aus ihr schaden von sturm ich muss nicht sturm das tut mir auch irgendwie lang genug halten haben wir das hier das hatte schaden von synchro attacken synchro fertigkeiten die waffs magischen verfolgen mit um zehn das ist auch nicht so gute sachen eigentlich magiekreise den schaden von stunden brauche ich als gar nicht schaden durch synchro aktion ja ich habe einige andere coole sachen noch naja red mp maximum magisch ab wir haben 35 das ist nicht schlecht marionetten zirkus macht dann macht ihr damit dem armen red aber wir müssen ja naja ok mp maximum naja naja vielleicht wo ich mir da sie nämlich wichtig wenn sie witzig aus cloud cloud braucht oder 20 für irgendwas oder bin ich jetzt irre und ich bin ihnen eine waffen stufe 5 irgendwas so hinsetzen ich sitz jetzt jetzt bin ich ausgeruht gut sehr mächtig gerade so welt hatte in dem spiel auch mal gesagt hat er irgendwie meine mini gearbeitet hatten als wir in dem mieter min waren oder hat er nicht irgendwie hat gesagt so in dem sinne da komme ich daran pass auf ich glaube bestimmt hier umschummeln glaube ich nicht ich habe gedacht so durch die lücke kannst du durchwerfen aber ne was bist du du hast ein boss im juke stil ziehe ich guckert schaute ja nicht in ja ist ja vielleicht beim karakter mal nach vorne habt ihr alle irgendwie der spitz schwingter schritt wo ich glaube ich glaube zwischen den charakteren kannst du nicht lernen das ist nur wenn cloud irgendwie da ist ja weiß man dritten mal wieder hinsetzen wir das ding respond dadurch naja waren hat der kampf erstmal hinsetzen nein weiter geht es steht ja wieder da der hat sich auch irgendwie gesetzt also eine club bank irgendwie gestellt so ja ich kann mich auch erholen woher komme ich da nach oben und unten unten gucken wir uns mal also jetzt auch überall geht es hier jetzt runter man so eine gute idee war wo es mit meiner ganzen treppe der hoch ich weiß gar nicht wo mir hat irgendwie sagt wo ich hin soll jetzt hat der richtige weg hier war da sind zwei von denen da gehen wir erst mal da oben da bin ich jetzt mal nach oben okay damit wir schön diesen kocker katrizen ausweichen können irgendwann kann ich abwerfen da ist auch von ihr alles getroffen ich habe eindeutig irgendwas da ist auch noch irgendwie was da oben doch kann aber hier auch über den schon wieder lang da kann man nicht rüber schwimmen glaube ich war da hat er gemacht leiter gut für action adventure spiel habe ich das gemacht bin enttagen ja wo ich glaube da kommt gleich wieder so mini spiel wo ich kisten kaputt machen kann also wie im dlc seien diese kisten sagen wir unten ein bisschen merkwürdig dass man jetzt war los das muss dann schon wieder drücken muss das ist nur eine gelbe tour die ist wahrscheinlich nicht wert waren reif der zauberkonten ist okay vielleicht sogar doch reif der zauberkonten sich direkt an er ist denken wie sage ich dann vernünftig zaubern wenn ich nur zwei materien einsetzen boah leute also die ausrüstungsgegenstände tue mich hier so ein bisschen abtören in dem spiel ja toll mehr mehr zauberverteilung aber zwei plätze daran wird jetzt ja mehrere sachen warum konnte er schon wieder gar nicht war ich weiß nicht nein danke ich muss da unten schon gegen zwei kämpfen was maurig muss jetzt nicht noch mal bekämpfen aus dem habe ich schon bekämpft und aus mir in ruhe schweißt mich doch ja durch sie gibt aber wir reden vor durch heute von einem durchdrehen er hat schon zwei ladungen heute schlage ich rein da habe ich eingeschlagen hat voll gut getan da geht es weiter nehme ich an man soll von einkommen näher da gibt es nicht weiter sich gerade ok irgendwie erst dann jetzt ja so viele atb am anfang des kampfs hier noch mal eine truhe ja gibt mir die märche mehr tiefer und eine waffe feindeswerfer wenn das ding nur einen materias dort hatten er dann drehe ich durch so weiter mal ja da vier avalanche credo kommt mir bekannt aus dem ersten teil die zeit lang die eigene tp max das eigene tp maxi und teilt tp mit verwundeten gefährten es ist ja aus wie so nach hand mit neun fingern mehr magische attacke als dingens attacke alles klar ist hier natürlich empfang eine heilung dauerfeuer beim fangen in heilung und 25 prozent da wäre ich gut wenn er diesen regina effekt hätte wenn er diesen regina effekt hätte ja in seinen modifikationen sein kampf modifikation aber er hat irgendwie die auto protesten er stimmt hat er ja auto polis vielleicht mal regina nehmen sollen wird das voll komplimentieren komplimentieren ja man hat so ja ich nenne dazu jetzt heißt das auch so so und nicht hier wo cloud und die anderen sind weil die schwächlingstrufe da unten erst er ist dann cloud ne meine güte so erstmal darunter lassen dann da dran wie komme ich da nicht durch weil man fährt hier jemand fährt hier okay durch da lang ich habe jetzt habe ich zwei vorhin auch schwöre es ich scheiße ich hatte ich möchte mich noch nie ich sagte ich sagte ich sagte dass ich darüber doch nimmt ein nicht vorhandenes gewicht benutzt sein gewicht ist wahrscheinlich nur irgendwie weit nicht weil ich 40 kilo geraten 50 in seiner haut und knochen so du meinst die bock hier wofür du mir das wasser jetzt lassen kann ich ja wieder schwimmen ja es war gefährlich da irgendwie zu schwimmen aber okay wenn ihr will ich meine juffi das gemacht so kann ich einfach hier sieht es aus als wäre man war aber jetzt habe gelogen wir gehen ja voll abseits überall hin wo eigentlich hin sollen da wo sind wir jetzt keine ahnung ist der bank haben wir schon ich weiß nicht auch nicht man ich denke mal wenn wir ja fertig sind mit den ganzen gebiet dann können wir irgendwann hier die tom barry quest machen so warum habe ich das jetzt gemacht nach der stadt werden ja aha ich wusste es schon sagen warum sind wir wieder hier da kommt jetzt bestimmen geben postkampf oder so wenn ich ja voll gehalten oder so weil die typen genau so schlimm aber so also noch ein weiterer grund hier mit bei tv die dings auszubauen seine hp aufzubauen ich wusste ja irgendwie in sinnen da muss ich nicht beschwören ein aber dann spieler fertig hat gemeistert ausgerechnet naja genau so viele punkte wie die anderen der materie alle mann festhalten da ist noch materia er war die schnab der somateria dafür dass er dann materie gestärkte attacke so ist ab jetzt eine waffe hier ich meine die waffe ist immer noch besser jetzt habe ich gerade eine neue waffe habe ich gedacht so jetzt sollte man hier mit einer neuen waffe aber jetzt bin ich wieder zurück auf die jene weil die hat von den bärten der besser ist in der magie attacke brauche ich nicht ja so ein bisschen traurig auf einer weise ist das guter teils irgendwie die du siehst einige waffen immer wieder die jubi schuriken ihrer normal schuriken ist auch der bestaussehende bisher deswegen ist das gut hat wir immer wieder darauf zurückkommen aber so ein bisschen will ich auch mal den neuen waffen sehen aber dann habe ich die fertigkeiten gemeister die werte diesen kacke also kann man direkt wieder zurück wechseln aber irgendwie gar nichts von der waffe na wo sind claudorino und die anderen leiten sind sie ich kann sie sehen ja jetzt aber auf anderen seite jetzt sind wir hier wo ich dann aber vorhin gesehen als näher so vorhin in der letzten folge schon gewundert waren wir da so hinkommen die ganze fehlern hinterlassen ich habe gerade gemacht jetzt nennt haken ich glaube dass wir nach oben gefahren cool da kann ich ja nicht aktivieren nein ja ich weiß ich wollte trotzdem noch mal drücken ich drücke da so gerne ich drücke mich da so so macht an damit ich mich da dran hängen kann ein bisschen abhängen kann ich dort öfter da randa mit eigentlich ist gar nicht nur zwei drücken die ganze zeit die ganze zeit gedrückt ich kann fliehen jetzt muss ich da hinten irgendwie komme ich da nicht hin aber ich darf vorgegen ja so gar nicht gedrückt hatten die ganze zeit ich wusste diese dinger sind für irgendwas mit darunter ja weil ich schon wieder so ein schien gesehen ich glaube wir müssen gleich wieder dieses mini spiel machen wo wir auf dem weg irgendwie so kisten kaputt werfen müssen aber dass die welche hat dich jetzt wieder nach oben nehme ich nach oben wenn mich nach oben scotty nämlich nach oben claudi nein 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 ich will zurück ich will kaputt machen ich habe gesagt so bleib ich habe eine link verpasst ich habe ich noch mal zurück ich werde auch kaputt machen ich komme nicht mehr zurück mit 9 da gab es bestimmte trophäe für wo ich nach links oder rechts ich habe da rechts die kamera links deswegen mein gott ist ja richtig wie kann man es irgendwie so zentriert auf also ich brauche gar nicht drücken dann geht ja nicht nur links ich darf nur links drücken ich drücke die ganze rechte hier so ist viel einfacher wenn er sich daran gelegt hätte dann mit dem sein gewicht nähe mit dem seinem muskelkörper gepackten gewicht nähe da hätte er einen zug schon darüber gehen können ich hoffe du kannst auch mittlerweile kann es aber einfach darüber springen hallo da muss ich noch da muss ich mich da dran schwingen die kamera fahrt war so verwirrend wenn ich hier irgendwie weil ich da sind bomber stimmen die hat man jetzt zum ersten mal gesehen im original nur verbrücke auf diese rosenbrücke kommt ob ich noch genau vor call das ist unser erster bomb bei dem wir gesehen haben ja manche im fein von 16 augen gesehen ich weiß nicht ob wir im original im links gesehen haben im ersten teil da ist der bank okay da wird ein bisschen nerviger wahrscheinlich ja ich weiß dass du sie selbst wahrscheinlich gegen eis abfällig bist aber da habe ich noch abgebrochen durch stück mal einer wächst ein bisschen gefährlich gerade nachdem die fische an der macht das habe ich dich nein ich explodieren bitte das war die luft liegt ich habe mich mal lieber wenn der explodiert natürlich mal hier kurz warum ist ja alleine gegen bong war kämpfen da ist irgendwie nicht cool ok gerade glaube ich explodieren da stand irgendwie soweit dafür die jetzt nicht wissen bomba tun nach einer zeit lang explodieren und in den meisten fällen machen die einen dicke schaden meisten fällen sogar one shoten die ein wenn man die öfter man die angaben ist größer werden die und dann irgendwann explodieren sie und wie man dann dicke schaden wir kommen in vielen feiern fans die spiele vor mir hat es ein bisschen angst gemacht alleine gegen einzukämpfen weil wenn wenn der sie weggeschautet hätte dann hätte ich gut ausgegangen das war mal ich glaube zehn punkte sind noch nicht genug so dass sie nicht erst rufen können und dann gegen die kämpfe können dann beim bisschen lag damit ein bisschen lang zu macht warum ich sie nach verwandt asche pp pp wer piept hier was haben wir da ja da kann ich auch noch aus dem original nur weins in der höhle stimmt da war ja so ein kleiner gegner gegen die man kämpfen ist gott wie die vogel version von diesen vier aus voll bei leiche messier ist kennt das hier mit diesen und verschwalzen ist okay die atree hat mir geraten sowieso gegen wenn aber so gut wie der kampfbeginn durch noch nicht machen kann wir so wirksam feuer die moon wind okay luftangreifende von timelon nach einem ton hat mit dem schlafen so ich habe gehört du bist anfällig gegen feuer kann man machen ich weiß nicht genau was wir gemacht haben noch mal da kommt sonst an da ist ja ich habe vielleicht nicht mit jahren mal hier fast nur wind angefangen doch bitte 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 gerade ich habe noch hasst mir könnte ich auch einsetzen ja gerade wo ich den fassern schocken war dann nehmen wir meinen wind aus den segeln was aber irgendwann soll ich mit dem bild machen würde ich mal ab nein er hat mein ding abgebrochen naja für das feuer ist aber immer noch am funktionieren ja der schuligen markierung war selber ist nur auf der berg aber heimann es geht ich bin schon bei einer angriffen zur fertigkeit wieso uns den these bringt aber aber so war mal naja mein gott werden wir mal geschockt jetzt die ganze zeit schon so kurz davor geschockt zu werden noch einmal er war einfach einfach schock anfällig verdammt davon ist jetzt tiefer macht ja geil naja ich erwarte feuer schluss eingesetzt so hat irgendjemand ifrit die warst du ihr fritz ich habe was kommt zu mir er steht in reihe und glied evrit hier müssen wo haben wir angezogen glaube ich war den wirbelwind an die wir so vita auf juffi barrett setzt mal sinken fertigkeit avalanche abreibung aber ich habe da gerade schon ein anderes monster noch schockangefährlich nein da hat er mir einen angefangen er freet auch mal drauf lampsturz da habe ich schon gemacht ja spuck feuer aber gefälligst zu nah ja komm her jetzt Ja. wie wäre es wenn wir damit zurück nach unten fahrt bestimmt etwas aber ist schneller damals sind ein und ich vergesst es lassen wir lieber die brücke runter bei uns was zu sagen flap flap ich nehme dann jetzt kommt hier nichts so machen wir mal was man das ding an die zogbrücke nein das ist nicht die zogbrücke die gleiche frisur wie claude oder cloud die gleiche frisur wie es fehler vorsicht besser als nachtschicht so heißt der spruch nicht mal einmal kurz hinsetzen dauert ja nicht lange dann sind wir da fit man kann jede gefahr kommen und dann wieder gehen weil ich sie aus dem weg räume du hast sogar noch offen perfekt da kann einem originale hat irgendwie so da gab es auch irgendwie so so ein vogel lässt erst muss man gegen so ein vogel boss kämpfen ich weiß gar nicht ob da ein boss war oder einfach nur so da war so ein zweibeiniger vogel einfach nur so wie so wie so ein kokatrice irgendwie dabei wie kaum irgendwie ein boss oder so aber nachdem bei denen besiegt hat hat sich irgendwie herausgestellt so das sind irgendwie dabei wie die mutter von diesen küken die küken hat man dann irgendwie später irgendwie gefunden in so einer kleinen höhle ja und das soll eine anspielung daran sein oder so ja klar geht es wieder besser ja einer von ihnen hat geduldig gewartet sagen wir den anderen bescheid da gehen wir jetzt hier min karte herunter düsen so ein spiel also geht schon besser genau es war nur gut wir mal ein bisschen wie so ein kleines mini spiel aber nur weil ich habe so kisten gesehen dann sagen wir so aus jetzt könnte man irgendwie so ein mini spiel machen und sagen wir gehen erst mal eben wieder hier machen wir im p bus haben wir ihr gegeben der stattdessen er kriegt wieder analyse dann gehen wir weiter wieder mit diesem team die brücke ist weg jetzt kannst du ich weiß was wenn man die ganze zeit ja folgen wenn er ob die wirklich irgendwann dann ankommen würden oder ob die irgendwann aufhören würden das sehe ich schon irgendwie aber so viel zeit haben wir nicht mehr so viele stunden aber auch nicht pro park zeit runter sagen wir so so ein nagelkuß so sagt erzieher dich so sagen wir sollen die route einstellen wo machen wir hatten ja wir sind nicht der bürger war da abgeschwärft wir sind die ganzen piche ja dran gekommen nein habe ich erreicht aber zwei weg so richtig zu melden wie kannst du es waren ok alles klar wir sind auch wieder kisten was hier nichts da war ich nicht hin oder original sagt ja vollkommen anders aus ne ich nehme an das aus wie so ein freizeitpark irgendwie ich habe ja manchmal eine achterbahn aber anscheinend ist dann irgendwie so eine minen dingens hier da muss ich mir jetzt merken nur umstellung da ist sie vom web vorzüge halsbrecher schrute eingestellt na bad war schon mal sofort ne genau dem original war dann so dann ist man dann sind irgendwie so die dinger runtergefallen die sind noch stabil genug woher weißt du das meine pfoten werden sich genauso wenig wie meine nase davon habe ich gehört die pfoten von hunden und katzen können mehr spüren als wir uns jemals vorstellen können oder mit deinen fußpolstern meine pfoten sind um welten feinfühliger als die von einfachen haustieren sag mal red nein ich hab doch noch gar nichts gesagt ich darf ich mal anfassen nur einmal nein nein bitte cloud will sie bestimmt auch mal anfassen oder interessiert mich tatsächlich halsbrecherische route bedeutet für mich mehr action und vielleicht mehr belohnungen ich bin voll dabei was ein bc wie ich sehen wie sich die hose macht wagen klingt sehr witzig also ich werde ich mordwörtlich sehen wie sie sich in der hose macht aber ich stelle mir sehr witzig vor das mal haben sie schon ja gar wieder sein gehst oder dann machen wir mal schon wieder so viel schaden ich wusste jetzt irgendwas schutzbett wusste es ist neu das ist wahr wo bist du schützt werden das kampf zu vollständig vor sofortigen tod versteinerung so eine mini schleife müssen wir nicht brauchen wir nicht weil wir bestimmt irgendwann mal letztlich aber im moment nicht da kann haben wir genau war irgendwie so ein bisschen wie sie die dinger die ja die schienen lang gelaufen irgendwann sind ja ein kaputt gegangen damit sie runtergefallen so eine weile sonne dann muss das irgendwie eine bestimmte richtung denken lenken und wenn er richtig gedrückt hast dann hast du irgendwie beim hochklettern wieder einige gegenstände eingesammelt wie auch so eine sache irgendwie irgendwie nie wirklich weil ich so ein bisschen random original fans sie hat halt so ein paar gofi momente also ja ich bin total dafür bin total dafür die halswächerische route hier nehmen ich bin total dabei aber wie er geschockt ist ich will einfach der ersten drei leuten ja ich bin direkt darunter geschmissen die kommen dann alle von da wenn wir uns waren wahrscheinlich irgendwie einige sachen kaputt machen sie nämlich so aus da weiß er sind jetzt hier das oder das ding einzustellen heilsbrächerische route naja da fehlt irgendwie ein stück erschienen ist das schlimm die waren schon klarkommen oder nein ok dem wird schon gut gehen und fliegen seit ein bisschen durch die luft 105 kammer immer die 105 da stehen vorsichtig ach klappt schon ich habe ja ursprünglich gedacht das wäre eine achterbahn hier naja irgendwie wir bringen betrachtet macht es mehr irgendwie sinn ich bin jetzt jahrelang mit dem gedanken rumgelaufen hat hat hier eine achterbahn ist aber komm mal hier genau so sagt im original aus so aus genau diese perspektive war das was ja so feste bildschirm in der ps1 version du kannst ja nicht die kamera drehen oder so und er war ja also so fester grund auf dem man gelaufen ist und genau so sah die brücke aus und da kommt man nach karl leiden sehe ich schon und da trifft man auch seinen ersten bomber immer so so im zufallskampf wenn man glück hat so die sind gar noch auf der halsbrecherischen route zeigt her wie sieht die strecke aus hab getan was ich konnte wirklich wird auch nichts wackeln nach ja ja ich hab ganz vergessen war nein jetzt will ich mich ein bisschen schlecht stimmt ja sie ist ja diese motion sick ne reise krank und gar nicht dran gedacht nein tut mir leid war zwei millionen das ist ja okay das wird gut ich kann das mit ein klack der folge jetzt echt mit zeit du willst wohl mitkommen was so ist es gut dann los und haltet euch gut fest okay auch ich muss abschießen alles wie dieses mädelsspiel aus der goldshauser von bert gewährsam und jubis wurscht in die china fragt ist damit so viel von ihrer üblichkeit abgelenkt wird je mehr du wirst du mehr punkte erhältst du aber das cool so ein rail shooter ist das ja wo das wieso mini spiel aus der graus oder ich habe ich habe jetzt auf letzt drei gedrückt berger horn wird ja ich kann gar nicht gleichzeitig schießen und werfen anscheinend ich glaube der berg oder möchte als ausgesehen ausrüstung gegen stand aber war drauf nicht sehr gut sehr gut und die beiden spannt sich einfach ja so lustig ja ja aber ne da rechts waren kissen habe ich ganz gesehen weil ich ihn gar nicht kaputt mit balts schießen hier schießt mal ein bisschen härter bei hat ding bewegt sich aber auch so langsam nach faden kreuz bewegt sich langsam aber ich damit schieße gleichzeitig nein aber auch auf der linken seite das war wieder so mini spiel hatte ich ja schön auf screen spielen kann fast noch mal spielen kann aber nämlich mal na na da ich dachte er werden aus ist und gegenstand nicht bekommen aber nachher das ist aber ja gut guck mal dahinter die strecke meine klasse nicht ich habe minus punkte mit ihr bekommen fantastisch ich hatte spaß aber habe ich mit berthia pluspunkte mami sagt mal das hier ja da war seine animation aus dem original wenn er die schultern so er war eine vorgenehme gekämpft an dem original glaube ich er gehört zu seiner familie da sind sie los jetzt war ab nach karl näher schaffen wir auch noch okay aber hat jetzt grün es ist ja viel aber voll hinterher glaube ich nicht ich sehe das nicht ich wünsche ich hätte irgendwie so nummern oder so anstatt zu smileys werde schon länger ja dann muss auch mal ein paar punkte hier sammeln kann man noch mal machen dann ist hier kein signal würde ich hier mal da kann man irgendwann nochmal spielen so jetzt müssen wir eigentlich ein karl ja ich dachte du kommst von hier genau ja schon noch doch schon erwähnt davon hier ist ne so aber wir gehen jetzt in birds heimat naja sieht ziemlich beeindruckt aus ne warum war wir haben wir denn da welche ehre dass er seine exzellenz berapp hier wieder begrüßen dürfen Das du noch mal hier aufkrötzt, ist ganz schön mutig von dir. Bitte schön, der hier geht aufs Haus. Was hält euch ein? Ach, sieh. Aber... Kommt. An eurer Sterne würde ich mich von dem Fernhalten, wenn ihr nicht sterben wollt. Und jetzt, wo sind die Jungs? Hmm. BDK-Gegner in Nordkreuzung. Da habe ich ständig Albträume. Ach. Äh... Zurück zu dem Coral. Verdammte Schinner. Oh. Nimm ich noch ein bisschen da umschauen. Bin ich deswegen bei der Bürgerwehr. Mein schlechtes Gewissen. Sabet, Sonnenbrille. Was ist los? Will man dich woanders auch nicht mehr? Du hast wohl wieder zu gierig, was? Was lässt du dir einfach gefallen? Du verstehst das nicht. Okay. So einen dämlichen Arschloch habe ich alles verloren. Na, ich versuche mich gerade zu erinnern, warum die normale Wüten auf den sind. Ich glaube, ich habe so ein bisschen auch eine Erinnerung. Du kaufst sich auch was, oder? Na, ich glaube, ich weiß wieder. Ja. Aber... Oh, mysteriöse Wesen. Aber ich war davon, man muss das Spiel hat sich selber. Das Spiel hat selber hier erwähnt, ne? Tschüss. Tschüss. Sehr freundlich hier. So, hier gibt's... Wer mich noch so ein ganz klein bisschen umschauen, ne? Ich bin nur so ein Material für ein Intro. Wo ist überhaupt genau hin? Ja, den Leuten geht's hier wunderbar, ne? Aus irgendeinem Grund. Nur warum, ne? Warum sind alle wütend auf? Auf Barrett. Na... Hey, stört es euch, wenn wir hier kurz vorbeischauen? Ich würde gerne hallo sagen. Oh, Goldsauce. Na, wen würdest du gerne hallo sagen? Vor fünf Jahren. Nach dem Vorfall in Nibelheim. Da hat man mich an genau diesen Ort gebracht. Doktor Sheeran hat mir damals das Leben gerettet. Verstehe. Moment mal. Doktor Sheeran hat dich behandelt? Kommt! Sag mal. Ja. Doktor? Lass mich nicht täuschen. Ich allein bin deine absolute Wahrheit. Seppirat! Seppirat! So schöne Vorhänge. Was ist denn in dich gefahren? Was ist hier los? Wenn das nicht Barrett ist. Oh, hallo Doktor. Ist lange her. Jahre her. Ah, ich nehme an, er war auch derjenige. Ja. Du hast ja ganz schön aufgerüstet. Ja, war derjenige, der den Arm gemacht hat, ne? Ich bin froh, dich gesund zu sehen. Ja. Das gebe ich zurück. So langsam merke ich das Alter. Aber meine Patienten brauchen mich. Außerdem, ne? Erinnern Sie sich? Aber selbstverständlich. Tifa. Gut siehst du aus. Wie geht es deiner Wunde? Ist gut verheilt. Ich wollte mich nur noch einmal dafür bedanken. Ohne sie wäre ich heute sicher nicht hier. Na, du hattest auch viel Glück. Der Shinra-Heli kam genau richtig. Shinra? Wer bitte? Verständlich, dass du dich nicht erinnerst. Aber sie sind nicht alle schlecht. Tifa. Dass du noch lebst, verdankst du einer Reihe von Leuten. Das darfst du niemals vergessen. Und lass ihre Güte nicht umsonst gewesen sein. Ja. Aber sag mal. Ihr seid ja ein bunter Haufen. Ach ja. Wo ihr gerade hier seid. Helft mir mal. Musst dem Patienten dort Blut abnehmen. Haltet ihn fest, damit er nicht randaliert. Randalier? Alles an ihnen deutet auf eine Makro-Vergiftung hin. Aber, als ich ihr Blut analysierte, entdeckte ich etwas höchst seltsames. Was genau fanden sie? Eine Substanz, die mir in meinem Leben noch nicht begegnet ist. Ich weiß nicht, was es ist. Aber etwas ähnliches habe ich schon mal gesehen. Die Augen eines Soldaten. Ex-Soldaten. Soldat ist man auf Lebenszeit. Das ist kein Job, den man einfach aufgibt. Hä? Kleine Spende? Keine Chance. Oh. Ich glaube, dass es sich bei den Männern... Also ein bisschen Blut. Ist natürlich nur eine Theorie. Um sie zu beweisen, müsste ich mehr Tests durchführen. Sind viele von denen vorbeigekommen? Ja, das sind sie. Um die Verletzten kümmere ich mich hier. Der Rest ist voll auf dem Weg zum Goldsauce. Amüsieren die sich, da? Keine Ahnung. so ein typ für eine so eine slot maschine so ein komischer platte das ist doch dieser super berühmte vergnügungspark oder das hier ist kein ausflug heiße ich doch besuchen die typen in spaß es gibt eine seilbahn die uns direkt zum gods außer bringt kommt schon verschwinden wir von hier immer schon direkt heraus ich meine im original sind wir auch nicht hier ja okay ich wollte schon sagen kommen jetzt wieder mit zig millionen aufträge wo sind wir überhaupt hier kommen wir jetzt zur weltkarte ich glaube ja da ist sie die golds außer was in der richtung ist die kann man noch nie im leben von mir aus sehen sieben das handhaus von weiten nicht so leuchten wie ich mir vorgestellt hat ja wie es aussieht müssen wir aber erst mal wieder ein bisschen durch die gegend laufen und weil ich überlege hat ob ich noch mal zurück hier und dieses mini spiel für you viel macht weil sie jetzt wo ich darüber nachdenken wir haben sie als jetzt irgendwie bekommen deswegen weiß er nicht vielleicht durch das noch mal laden und irgendwie war nicht die andere route nehmen war ausprobieren weil wir haben sie erst letztens bekommen und jetzt sie hat die wenigsten dinger ja die wenigsten zuneigungspunkte sage ich mal wir müssen irgendwie ich glaube jede chance jetzt irgendwie ergreifen sie für sie welche zu bekommen also ich weiß nicht ob ich da noch mal laden werden und die andere route spiele wenn sich es lohnt keine ahnung mal schauen na wohl dann sage ich dankeschön fürs zuschauen wir werden uns den call beim nächsten mal ein bisschen umschauen aber bis dahin sage ich erst mal danke fürs zuschauen und ja wir sehen uns in der nächsten folge ich habe euch gerade genau gleich gesagt wir sehen uns bis zum nächsten mal ein kommentar danke